eine alte fahrrad schlosskette habe ich jetzt gerade mit der flex befreit daraus machen wir jetzt wieder ein schloss in dem wir einfach die kette kann man ja nehmen das ist ja wunderbar und der flex wie gesagt die enden versäubern hier war noch so ein stift dran mit ein bisschen beschliffen und so und jetzt kann man ja vorigen geschloss nehmen und weiterhin als fahrradkette benutzen so damit es nicht so scheppert und klappert nehme ich einfach einen alten fahrradschlauch den schneide ich durch tadaa mach die kette hier rein doppelt tadaa nehme einen kabelbinder und wickele ihn zweimal hier rum so hier wird das ganze verschlossen tadaa abgeschnitten tadaa und umgeschlagen recycling von fahrradschlauch gleich machen wir auf der anderen seite ich höre schon meine tochter ist zurück hallo sie will kein papa keine ahnung was ich jetzt wieder getan habe gleich nochmal wickeln zweimal ja jetzt gerade ja ok abschnippeln schlagen und umschlagen tschüss tschüss jo jetzt wird es wieder um mich schlagen will nicht rein will nicht papa fertig und jetzt vorher geschloss waren mein kind im hintergrund schein ist völlig aufgedreht seitdem mama weg war ist sie irgendwie total verändert jetzt kann man wunderbar wunderbar verwendet und wenn ich mal kaputt geht hier mit gummi geht ja relativ schnell kaputt nach einem jahr ist er durch mein paar leute wieder dran und zwei kabelbenach ideal und schloss ist immer austauschbar suchen ein teil vielleicht kannst du mir weiterhelfen da vom dreigang hinten vom rad dass wir den übersetzer auf das kabel die kette das schaltkettchen oder das kettchen habe ich aber die fixierhülse merlin ist erledigt schlauch haben wir gemacht haben wir gemacht habe ich euch jetzt da könnte man noch jetzt hier um das schloss drum könnte man noch so ein stück schneiden von dem gummi hier abschneiden und dann hier um um das schloss hier drum quälen schloss im schloss im gummi mantel schloss im schloss im schloss im schlossy zum west nogsto zum wundern zum wundern imич eins zum wundern lass uns